Hier ist mal wieder Junker Janel und diesmal berichte ich in Moosburg von einer Käferflage. Viele, viele, viele Käfer haben sich im Stadtgebiet eingenistet. Warum? Ja, es ist das Oldtimer-Treffen des AMC, äh, ja genau, ADAC, AMC. Mein eigenes Fahrrad sieht zwar auch schon ein bisschen älter aus, könnte eigentlich 1908 so sein, aber es ist eigentlich modern, kann ich mir eigentlich richtig flicken lassen. Damals ging man noch mit Picknickkorb aufreisen, heute verstößt schon das Bratenmesser gegen das Waffengesetz. Eine Reminiszenz an die Zeit, als Autos noch richtige Motoren und nicht irgendein Elektroaggregat hatten. So ein Auto ist ja ein einziges Faszinosum. Hubraum 5,7 Liter. Trink du mal 5,7 Liter Bier. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020